ursprünglich geht es um den mond der irgendwann im 13 jahrhundert mal einen dunklen fleck am rand hatte und dunkle flecken müssen gefeiert werden denn ein dunkler fleck ist viel mehr als so ein dunkler fleck ein dunkler fleck besteht aus unendlich vielen anderen dunklen flecken und zwar nicht nebeneinander sondern hinter und voreinander ich habe euch das hier mal aufgemalt das interessiert nicht wirklich oder das amazon fire phone ist ein ganz gewöhnliches smartphone ich habe mich da mal für euch informiert aber man kann damit sachen fotografieren objekte gegenstände und das gerät schlägt an dann aktionen dafür vorher lesen kaufen ich habe zu hause bei mir einen stumpfen stein gefunden und habe ihn damit abfotografiert und dann als einzige mögliche option die ich hatte habe ich es in einem 3d drucker ausdrucken lassen den stumpfen stein hier ist er wenn ihr auch weitere stumpfe steine findet die wir zusammen ausdrucken können oder stumpfe steine findet die man hören kann oder stumpfe steine findet die man kaufen kann dann meldet euch dann können wir das zusammen machen ist doch cool oder ist doch richtig geil ist doch super ist geil hier